Musik Wo krieg ich meine Waffen her? Wie krieg ich meine Waffen her? Knüppel, Spiere, Schwierter, Messer, hey! Nach dem Krieg ist Feuer, Mann, das weiß man nicht. Wie krieg ich meine Waffen her? Wo krieg ich meine Waffen her? Knüppel hab ich wie Herkules. All Farben, Sorte, Material, oh yes! Spiere bau ich selbst, wie auch der Held sie braucht. Geht bei den Kampfen dann auch das Licht auf? Wie krieg ich meine Waffen her? Wo krieg ich meine Waffen her? Wie krieg ich meine Waffen her? Wo krieg ich meine Waffen her? Schwerter besorgt er geflissentlich. Wenn gebraucht, zu spät dann oder nicht. Messer braucht man, taucht er dann damit auf. Als Graf, der Titel, er schafft es dann so auch. Wo hol ich meine Waffen her? Wo krieg ich meine Waffen her? Was besorgt der Mann und wo steht er dann sehr? Fand das Dossier braucht auch was, weil er hat. Mazzini wird ein Sortiment gebaut, sagt. Dann war dann noch LK Paun am Start. Zusammen machen wir jetzt die Leute Platz. Wo krieg ich meine Waffen her? Wie krieg ich meine Waffen her? Ja, liebe Leute aus eigener Erfahrung. Wenn soweit es ist, zu spät. Besorgt euch eure Waffen noch heute. Und dann verknüpft, vernetzt und vernetzt. Knüppel, Spiere, Schwerter, Messer, hey. Nach dem Krieg ist vorher dran, das weiß man, hey. Knüppel habe ich wie Herkules. Alle Farben, Sorten, Material, das weiß. Pure Speere baue ich selbst wie auch der Held. Braucht den Kampf, den Speer das Licht gefällt. Schwerter besorgt er sich fließendlich. Wenn gebraucht zu spät und er hat da nicht. Wo krieg ich meine Waffen her? Wie krieg ich meine Waffen her? Wo krieg ich meine Waffen her? Wie krieg ich meine Waffen her? Untertitelung des ZDF, 2020